Da muss ich sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich einen Dekorateur, für mich ist viel mehr als ein Dekorateur, einen Mann getroffen habe, der das einfach verstanden hat, so meine Ideen einfach umzusetzen. Der in ganz kurzer Zeit, wo ich das Gefühl habe, der hat mein Wesen auch erfasst und das in dem Raum umgesetzt. So wie ich es eigentlich versuche, wenn Kunden zu mir kommen, zu erfassen, was sie denn wollen und das richtige Schmuckstück mit ihnen zu finden. So hat er es geschafft, einen Raum zu kreieren, in dem ich mich ganz wohl fühle, der mir entspricht und wo ich mich aber auch einbringen kann, aber wo ich mich verstanden gefühlt habe.